Ich bin ein riesen Elvis-Fan und Elvis hat nun mal eine tolle. Und ich mag die Haare auch wirklich so ein bisschen hochgestylt. Und da sind natürlich volle Haare das absolute Nonplusultra. Weil wenn ich bloß drei, vier Haare vorne habe, die kann ich nicht nach oben stellen. Das sehe ich aus wie Timon Struppi, aber nicht wie Elvis. Mich stört es immer, wenn ich in den Spiegel schaue und meine Haare mache und hier so eine riesen Lücke ist. Ganz schlimm finde ich es, wenn ich mich von der Seite sehe, auf Fotos oder so, und ich finde es immer grauenhaft. Ich möchte endlich wieder volle Haare haben, so wie sie früher waren. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017